hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge real farming ls19 meets reality hier auf der grünfelder land auf dem fußballplatz und ich muss mal rüber weil wir legen jetzt los soo hallöschön hallöschön ich bin äh parat wenn ich vom feld gefahren bin geht's los also über die weiße linie nur mal so das sind sehr viele weiße linien die da die da oder die da ach so es geht schon los langsam langsam sicher sicher gehen 1 zu 0 tut mir sorry wir können auch richtig spielen hier ist ein fußball der jäger der jäger holt ja das macht er da geht's gut das ist ja fein war es ein klotz von nein ja ist in der sache in 300 tagen ist es eh wieder zurückgewachsen ja übrigens 300 folgen real farming also zumindest bei mir wie viel hast du 235 nicht stimmt gar nicht sind mehr als wir sind jetzt bei fast 500 300 folgen aber auf der gfl ja ja ich glaube auf der schwatzing hat man 187 85 85 oder noch nicht 189 genau zu sagen der ball nicht gerade eben noch das ist jetzt völlig egal auf los geht's los los ich blog ich halte raum steffern blocken er er glaub er ja sag mal achtung kann das sein dass die glastraktoren stärker sind nein die haben genau gleich viel freimachen 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 wo ist denn unser dritter traktor wir brauchen nicht Ich stelle dich um auf der Seite. Hallo! Der Herr Reisekopf ist umgeworfen. Ich schieb den Volker aus. Du Scheiße, was ist denn jetzt hier? Hilfe! Stell dich doch hin, andersrum lenken. Yes! Danke! Oh, wir fahren uns! Kopfblocker! Liebesrote Team, vielleicht helfen... ...hilft jemand mal den armen Blaubeer wieder hoch. Der kann lieb bleiben! Oh Jürgen, jetzt kriegst du die Rache! Ball ist frei! Warte, warte, fahr vor, fahr, 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 fahr! Nein! Zurück! Reisekopf! Hol den Lied! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Und, der Weg ist frei, der Weg ist frei, der Weg ist frei! Bedenken, du, nicht, du, nicht, du, nicht! Ich kann dich nicht! Oh nein! Pass auf! Nein! Nein! Oh! Ja, 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 ja! Helfen wir Sie mal den Bühnen! Oh! auch wenn wir aus der oder spüren wir es klingt er hat er wird und nein und sieben drüber menschen er das ist der Westen bei ihr Ja, ich dachte das rote Team die ganze Zeit nur Paul auf der Mitte lag. Ja, wenn du jeden umschmerzt, Stefan. Ich. Also 2-0. Volker, hast du jetzt getroffen oder ich? Ich glaube, das waren wir beide. Ja, wollte ich gerade sagen, beide geschossen. Ich habe ihn noch drüber gespitzelt. Arun hat geschoben, ich kann von hinten drauf gedonnert und du hast abgehalten Wind. Ja, damit die den nicht von der Seite wegnehmen. Wenn ihr das Gewicht unten habt, dann könnt ihr nicht über den Ballen fahren. Dann gehts los? Auf los. Zum Glück ist das nicht echt, ey. Okay. Ja, fahren! Was machst du denn mit dem Ballen? Vorwärts fahren, nicht rückwärts. Ja, ich muss sie doch irgendwie abhalten. Also ich muss sagen... Weg! 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 Jawoll! Danke! Ich muss sagen, letztes Mal waren wir ein bisschen organisierter. So vom... Komm Stefan! Weg mit dir! Ja! Das ist wirklich... Ich glaube, die sind ein bisschen schwerer als der Case. Komm, meine Seite mit dir! Hallo! Komm, die Arme sind hier! Gewichte hoch! Gewichte hoch! Gewichte hoch! Gewichte hoch! Wir haben fast alles umgeschubst! Ich glas dann viel schwerer als wir die... Ey, guck mal! Ich nehme den Jörn, ob's! Dann machen wir gleich mal einen Seitenwechsel. Wir wollen ja nicht ganz unfair sein. Aber was machst denn du? Guck mal, ich nehme den Jörn mal mit, ne? Oh ja, Mann! Oh, nicht Björn! Ey, faulrote Karte, ne? Das war ein Teamkollege, das war okay. Ich trage dich doch nur! Komm jetzt, ich verleih' den! Ich bin zu schwer auf der Motorhaube! Ja! Ja! Oh, Mist! Wollt einen nicht sperren? Wer liegt denn da von uns? Stefan! Ja, bleib du beim Ball! Andersrum! Becci says you again! Versteh! Ja, hallo, ich werde dir aufgenommen von allen dreien! Voll in dem Mangel. Hilfe! Der Ball! Hat jemand eigentlich eine Uhrzeit im Auge? Nicht wirklich. Nach was geht's denn da, nach Toren oder wie? né... Sometimes! Ich werde hier bitte rengefilmen. Also ich muss auch echt sagen, der Schiedsrichter, der ist eine Flasche, ey. Ball im Ausgleich, oder? Hallo, Schiedsrichter. Ach, nee. Oh, nee, du. Ah, jetzt. Ey, was ist denn hier los? Ball im Aus. Warum sagt denn keiner was? Hallo? Ach, nö. Ey, so, jetzt, hier. Jürgen, kein Foulbegin. Wer steht denn da auf dem Ball? Zurückfahren an die Startposition und dann gibt's einen Seitenwechsel. So. Noll. Ähm. Wir warten noch mal kurz, bis ich bei Ihnen, äh... Ähm. Kann ich Ihnen helfen? Herr Jäger. Ja, sieh mal den Racex. Alle auf Startposition. Nee, der Racex ist zu doof. Auf Startposition. Ja, geh mal weg, du musst sowieso in den Glas. Seitenwechsel. Ach so. Na dann. Euer Pech. Piep, piep, persönliche Pech. Pech. Bin, nochmal ordentlich wieder hinfahren, so wie vorher. Ich werde fahren, fahr du mal zum mittleren Punkt. Herr Blaube. Jetzt bitte. Sie dürfen bis zur Linie fahren. Bitte unters Führerhaus. Und jetzt hoch und dann ein bisschen zurück. Ja, Wollo, danke. Die kleinen Blaubeeren dürfen noch einen Tick weiter nach vorne, sonst passt. Stopp. Stefan Reich. Was zählt denn? Vorderrad oder, äh, Gewicht? Gewicht darf auf der Linie sein. Ja, so. Passt. Passt. Was ist das denn für ein Ball? Herr Jäger, nochmal ein bisschen korrigieren hier. Eieiei, das ist aber Vorteilnahme hier. Genau, vor allem des Gegners. Ich bin. Jo. Hier. Hier hin. Ja, das passt. Ja. Ja, ab und weg vom Feld und dann geht's los. Dann losgehen. Wer schläft denn hier? Äh, haben wir eigentlich eine Putzmaschine für die Straße? Nein, am, äh, ja doch, der, der Baum. Er müsste den Bauhof haben. Eben seinen Job. Können wir gleich noch bestellen. Nimm den Ball in die Mangel. Gebt die weg. Gewicht aufbocken und ab damit. Aha. Hier, unlautere Mittel. Ihr könnt, können wir schon lange. Jawohl. Jawohl. Weg damit. Weg damit. Äh, wer ist denn da von uns da noch dabei? Ich bin gefallen. Hilfe. Ich lasse ja wirklich stärker. Nein, nein. Ja, einer down. Nein, fast gab's. Bleib liegen. Jawohl, jetzt, alle, komm. Ey, was ist denn das für ein Schiedsrichter, ey? Gib, Björn. Den schiebt er weg. Einer gegen zwei, so zum Pferd. Geh weg. Jawohl. Mach ein Eigentor da. Du machst jetzt ein Eigentor. Ja. Ein Tick noch, jo. Jawohl. 2 zu 1. Ja, jetzt ist der Eigentor gemacht, der Dude. Warum schwankt denn das Gewicht bei mir so? Bei mir aber auch. Ey, Jäger. Ihr Einsatz. Du hast das Filtrat, warum, sonst hätte ich da geholfen. Ja, ich komme sofort. Ich bin von der einen Seite auf die andere geflippt. Ich komme gar nicht mehr hoch. Stefan! Ja, ich will dich hochhelfen. Hey, Jäger, sie werden gebraucht. Ja, ich komme. Wo denn? Ja, wo rennen sie denn rum? Die können sich selber helfen, der Ball ist wichtiger. Der Schiedsrichter ist gar nicht da, deshalb ist hier so scheiße. Jetzt liegen wir alle drei. Oh, nee. Danke. Das gibt es nicht. Also, bitte nächstes Mal wieder Waldradtraktoren. Ja, und dann? Dann sind wir zum einen auf der sicheren Seite, was die Leistung angeht. Bleiben sie liegen, wer auch immer sie sind. Alter, das ist ja rumgeflippt, ey. Jetzt steht der Ball aber wieder doof. Ich habe mal die Position geändert. Aber wir hätten da hinten einen schönen, aber einen schönen, blauen, silbernen Bus mit dem, was wir spielen könnten. Als Ball. Mhm. Dann übrigens los. Der hetzt ja gar nicht. Oh, nee, Alter. Der kann sich selber helfen, oder wie war das? Der kann sich selber helfen. Oh, ihr müsst nach rechts. Leute, rechts rum, auf die rechte Seite, bitte. Jetzt, jetzt liegt ihn. Der liegt gleich. Der hat der Birne vor der Lahn. Jawohl, Björn. Jawohl, 2-2. Ey, warum fährt denn bei mir eigentlich einer mit? Ich bin viel zu schwer. Der arme Neumann. Wurde gerade bis auf die Gürtellinie beleidigt. Wir sehen uns später vor Gericht. Wow. Ey, cool. Ey, nicht nur Tüte Chips. Geil. Mach den Trecker nicht, mach den Trecker nicht, träg ich. Das ist ein Leasinggerät, das weißt du schon. Und alles voll gesagt. Ja, 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 ja. Ey, aber irgendwie müssen wir mal festlegen, wie lange es noch geht. Hättest du entscheidet, oder was? Also je nachdem, wie lange der Jäger macht, äh, geht es noch zwei Minuten. Äh, nächst du entscheidet, oder? Zwei Minuten und dann ist Ende. Naja, jetzt nur noch eine Minute, aber es geht los. Ich würde sagen, nächst du da entscheidet, oder? Ne, eine Minute läuft noch. Mal gucken. Schieben, 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 schieben. Vorwärts, nicht rückwärts. Mach dich vom Acker. Mach du dich hier vom Acker, Jürgen. Achtung, ich werde gleich umgeworfen. Ich werde umgeworfen. Es ist mein Ball, jetzt weg. Mein Ball, weg da. Ne, mein Ball, weg da. Kommst du immer durch, durch. Letzter Angriff. Bin, von der Seite. Nein, 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 nein. Hol ihn dir mit dem Gewichter drunter weg, Björn. Ja, hab ich ja vor. Ah, nein, ich kippe, ich kippe. Ja, nein, nein, nein. Ich mach den Platz, Björn. Und... Ende. Ja, wie Ende? Ende. Mach dir Platz. Zeit vorbei. Also das war die... Warte für den Glas, Norman. Ich bin da weg. Tschö. Warum? Du hast nicht gewonnen, du Held. Ich kann's wohl nicht wegfahren damit. Tschö. Heute war nicht so schön, muss man echt's mal sagen. Ja, mir wurden leider nur die angeboten. Mal gucken, ob ich bis... In 100 Tagen ist er wahrscheinlich wieder. Volker, also ich kann Fußball anders. Hey Jäger, gucken Sie mal nach dem Dings da hier, nach dem Raysex, der spinnt. Da hat einer in der Klatsche, der muss in die Ohrenanstalt. Oh, schlimm der Ne. So, liebe Leute. Ja, war nicht ganz so toll. Nicht so erfolgreich wie gehofft. Ähm, 2-2 unentschieden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Schaut morgen wieder rein, dann geht's wieder ganz normal mit dem RP weiter. Heute einfach zur 300. Folge ein bisschen ein Special. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.